Heute also der 2. Oktober und Sie wissen ja, dass wir freitags Ihnen immer diese einmalig vergebene Losnummer, die Los-ID, in dieser Sendung hier bekannt geben. Wenn Sie also mitgespielt haben, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, den Spielschein zu holen und mal nachzuschauen, ob Sie vielleicht den Hauptgewinn haben. Und zwar, die Losnummer für heute lautet 47157. Ich wiederhole nochmal, 47157. Aber es gewinnt ja nicht immer nur ein einzelner Teilnehmer, sondern auch immer ein ganzer Landkreis. Und in diesem Fall ist das also der Wetteraukreis und somit schauen wir uns selbstverständlich die Gewinnausschüttung der heutigen Ziehung an. Einmal werden ausgezahlt 11.872 Euro, einmal 2.500 Euro, sechsmal 500 Euro, 68mal werden 50 Euro ausgezahlt, 297 mal 10 Euro und 1.187 mal 5 Euro. Und es steht auch schon wieder fest, welches Projekt mit weiteren 5000 Euro von der Umweltlotterie genau unterstützt wird. Und das Geld geht nach Groß-Gerau. Es geht um eine Aufstellung von Insektenhotels. Insekten sind immer wichtig, brauchen wir selbstverständlich immer. Insekten sind immer wichtig, wenn wir selbstverständlich immer.